Hey und willkommen zu einer neuen Folge von Chips Unboxing. Und heute packen wir nicht nur Chips aus. Und was sonst noch im Karton drin ist, werdet ihr jetzt sehen, wenn wir es rausrollen. Darum würde ich sagen, fangen wir sofort an. Wie ein Chirurg mache ich das hier. Also gut, von wem ist das hier? Von Shibu, 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 wie auch immer man es ausspricht. So, also ich habe mich hier einmal für den Dip Hot Cheese entschieden, also scharfer Käse. Ich hoffe, dass es nicht ganz so scharf ist. Und natürlich die passenden Chips dazu, die auch scharf und Käse sind. Und ja, ich würde sagen, weil die Chips sowas wie das Hauptanliegen ist und beim Unboxing fängt man auch nicht mit dem Smartphone an. Beginnen wir mit den Zutaten, die dazugehören. Oh, es geht auf. Oh, es geht auf. Oh, und offen. Oh, eine Käsenote. Mehr Cheese als scharf, würde ich sagen. Dann öffnen wir hier mal die Chips. Klassisch dreihäckig und klassisch nicht direkt aus Kartoffeln gemacht. Das sollte Ihnen bewusst sein. So, ich würde sagen, ich fange mal mit dem Dip. Ich tauche hinein ab. Wie ich mir dachte, die Schärfe kommt mehr vom Chip, weil es aber auch sonderlich nicht großartig scharf ist. Naja, egal. Und damit verabschiede ich mich. Tschüssi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017